Jetzt! Boah, die Seite! Die sieht aber lecker aus! Was ist das eigentlich für eine schöne Mütze? Oh! Das Gehirn! Das sieht aber lecker aus! Das nehme ich auch noch mal. Darf ich das denn? Na klar! Danke! Boah! Die Kinderwurz! Darf ich die bitte auch noch? Ja! Danke! Warum dauert das denn so lange? Was? Wie schmeckt es so gut? Das riecht das Gehirn! Sind wir in einem Gehirn schon 5000? Ah nein! Wir sind bei Dickmann! Ach so! Aber ich habe mir schon mal Hunde-Penis mitgenommen. Der war lecker! Oh! Da ist ja schon mal ein Testversuch! Oh! Wie schön! Mist! Da ist ein Weibchen!